Ich bin jetzt seit zwei Jahren hier. Die Firma Morgel ist ja schon viel länger hier. Das war damals eine Ausschreibung, die das Land damals noch Besitzer ausgeschrieben hat. Man hat einfach einen Anbieter im Sektor Sanitär und Elektro gesucht, der eben die ganzen Anforderungen für die ganzen Wartungsarbeiten abdeckt. In diesem Fall war die Firma Morgel, die auf jeden Fall den Zuschlag bekommen hat, weil sie das alles mehr als ausreichend abdeckt. Die Firma Morgel hat bei uns einen Vertrag und vor allem einen Wartungsvertrag über das Jahr. Das betrifft vor allem die Elektroarbeiten, also da auch die Lichtsteuerung. Wir haben eine Lichtanlage, die ziemlich viel Wartung bedarf. Dann die Sanitäranlagen natürlich, die ganzen Wärmetauscher und so weiter hat sie nach hinein auch für unser Unternehmen installiert. Und die Lüftungsanlagen, die werden andauernd gewartet. Da gibt es jedes Jahr große Anforderungen und gesetzlich vorgeschriebene Erwartungsarbeiten, die die Firma Morgel praktisch bei uns durchführt. Ich würde die Firma Morgel auf jeden Fall weiterempfehlen, weil sie es im grössten Spektrum einfach abdeckt, was die ganzen Arbeiten betrifft, weil sie vor allem im Iraner Raum, also Finchka ist nicht so weit weg, relativ schnell da ist und weil sie auch jetzt ziemlich groß die Bereiche abdeckt, die in einem so großen Haus wie wir es haben, eben gemacht werden müssen.